einen wunderschönen wünsche ich euch herzlich willkommen zurück zu dead by daylight killer line heute der ritter der letzte in der reihe erst mal kommt ja bald eine neue da freue ich mich auch schon die freue ich mich wirklich so ja ich habe eine spaltaufgabe mit dem ritter und zwar trifft als der ritter drei überlebende mit deiner waffe werden sie von einer wache gejagt werden nun mal gucken wie die überlebenden sich jagen lassen von den wachen oder auch nicht und ich bin ein lieber killer ich bin wirklich ein lieber ich habe gestern gefängt raus gelassen ich habe sie bloß noch ein bisschen gejagt das waren für sie punkte für mich punkte warum sollte ich das nicht tun und das ist nicht so schlimm wenn eine wache einen überlebenden niederschreckt erhält der ritter ein killer instinkt benachrichtigung das heißt dieses oder ja ich denke das ist nicht so schlimm ist es 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 nicht So, verlaufen wir erstmal ein Stückchen, würde ich sagen. Oh, das ist der Scheisse. 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 Ist das dein fucking Mann? Ich dachte, sie ist weg. Warum tut sie das? Ich dachte, sie ist weg. Sie lässt sich sterben. Oder sie weiß es vielleicht nicht besser. So was nicht gedacht, aber okay. Okay, also die Anne will sterben, oder? Okay. 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 Ich will das nicht. Ich will die! Okay, die habe ich aber nicht erwischt. Schade. Suche ist der Anti-Made! Die hat alle Paletten! Aber die tut mich dadurch gut ablenken. Und ich lasse mich später auch ablenken. Und ich lasse mich. Hold up! ja haben sie gut gemacht ich habe mich völlig von der ablenken lassen ich nehme an hocken Ja, oh mein Gott, ich hätt mich wirklich nicht ablenken lassen dürfen von der Ollen. Ja, oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Egal, ich hab sowieso schon verloren. Ja, oh mein Gott. 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 Ja, komm her. Das sind mein Haken. Einer dort, einer. Oh, die sind weit auseinander. Die werden dorthin gehen. Ja. Die Paletten hast du selber gerastet, ne? Das raste. Du bist tot. Was war so ein Ei? Mach nicht raus. Ich will die haben. Die ging mir am Anfang so aufs Schwein. Du hast die Runde verloren. Wusch, wusch. Wusch. Jetzt sind sie doch noch zu heilen, oder was? Wusch, wusch. Wusch, wusch. Wusch. Tschüss. Verloren! 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 Aber Black prevention! Die waren einfach besser! Beziehungsweise... Die jene Mac, die ging mir echt zuerst auf den Sack. Aber ich hoffe ihr hattet ein wenig Spaß und habt euch lustig gemacht über mich. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin! Ciao!